Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe? Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rum Waldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Ich frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte. Nee. Er ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stiegt denn da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rose zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Erstens. Junge Komm bald wieder Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert! Hallo! Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder, bald wieder. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Ich bin ein bisschen rauer, aber stark.